Musik Schon der 4WD Buggy von S-Works zeigte zahlreiche eigenständige Lösungsansätze und das Design hob sich wohltuend von der Masse ab. Der aktuelle S12 1M 2WD Mittelmotorbuggy ist nicht ganz so radikal, überzeugt aber mit etlichen Details und einer tollen Fertigungsqualität. Die Basis des S-Works S12 1M bildet ein 3 mm dickes Aluschassis, das über zahlreiche Ausfräsungen zur Gewichtserleichterung verfügt. Die Komponenten der Achsen bestehen aus faserhaltigem Kunststoff. Aluminiumteile kommen nur an den wirklich stark belasteten Bereichen zum Einsatz. Hierzu zählt unter anderem die vordere Dämpferbrücke. Das Setup des Modells lässt sich über rechts-links Gewindestangen einstellen. Das Lenkservo ist ohne Servo-Saver mit der kugelgelagerten Lenkung verbunden und kann so die Steuerbefehle sehr direkt weitergeben. Das gesamte Design des Buggies ist vergleichsweise konservativ gehalten. Dies ist auf keinen Fall ein Nachteil, sondern ermöglicht schlicht eine stabile und mit vielen Setup-Optionen versehene Konstruktion. Bis auf die Felgen liegen alle erforderlichen Teile zur Fertigstellung dem Baukasten bei. Außerdem werden noch sämtliche Komponenten wie Motor, Regler, RC-Anlage, Servo und Akku benötigt. Optional lassen sich die zu einem Set zusammengefassten reinen Getriebegehäuseteile sowie Kleinteile verwenden, um den Motor auch hinter der Achse platzieren zu können. Der Regler ist in beiden Fällen vor dem Akku montiert und verlangt beim Heckmotor höchstens nach längeren Anschlusskabeln am Motor selbst. Daher ist der Umbau sehr schnell durchführbar. Beim Wechsel auf die Heckmotor-Version erhält man neben den ohnehin schon üppigen Auswahlmöglichkeiten bei den Akku-Positionen noch einige hinzu. Das durch den Einsatz von sehr solide dimensionierten Teilen insgesamt recht schwere Modell kommt fahrfertig mit einem eher kleinen Regler und leichtem Empfänger auf knapp 1800 Gramm. Die Fahrstabilität ist daher bei dem genutzten Vampire Racing 9,5 Turns Motor auf jeden Fall gegeben und der Buggy wirkt nicht untermotorisiert. Das bei einem 2WD-Buggy oftmals typische, mitunter etwas zickige Fahrverhalten ist nicht spürbar. Mit dem S12 1M hat S-Works eine eigenständige Konstruktion auf den Markt gebracht, die zudem gut ausgestattet ist. Die sehr stabile Bauweise sorgt für lange Wartungsintervalle und die vielen Setup- und Gewichtsoptionen lassen eine rasche Abstimmung auf allen Strecken zu.